Wir haben so die Möglichkeit, Studierenden auch einfach nochmal ein anderes Medium an die Hand zu geben und auch vor allen Dingen der Spaß am Lernen einfach nochmal im Vordergrund steht. Mein Name ist Antonia Schoara. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Lerninnovation und Doktorandin am Lehrstuhl für Medienpädagogik. Ich habe heute einen Games-Controller mitgebracht, weil der eigentlich ganz gut beschreibt, mit was ich mich so in meiner digitalen Lehre beschäftige, welche Themen mich interessieren. Ich denke, er spricht für sich. Es geht um Game-Based Learning und Serious Games und darüber würde ich heute gerne ein bisschen genauer sprechen. Bufsi steht für Building the Universities of the Future through Social Innovation Education. In dem Projekt haben wir gemeinsam daran gearbeitet, wie wir Social Innovation Education in den Hochschulkontext übertragen können. Und in dem Projekt hatten wir dementsprechend zwei Zielgruppen. Also zum einen die Hochschullehrkräfte, denen wir die geeigneten Materialien natürlich mitgeben wollten, dass sie in der Lage sind, dieses methodische Konzept in ihrer Lehre zu verankern. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch die Studierenden als Zielgruppe, weil die ja direkt von dem Angebot profitieren sollen und durch Social Innovation Education so eine Mischung aus sozialen, unternehmerischen, aber auch aktive, bürgerschaftliche Kompetenzen erwerben sollten. Im Rahmen des Projekts haben wir vier große Bereiche bearbeitet. Der erste Teil war natürlich die Konzeption des Ganzen. Also wie können wir Social Innovation Education in der Lehre verankern? Wir haben uns die aktuelle Situation in den Partnerländern angeschaut und Good-Practice-Beispiele herausgearbeitet. Der zweite Punkt hat sich darauf bezogen, dass wir ganz pragmatische Unterstützungsmöglichkeiten für Hochschullehrkräfte entwickelt haben, also in Form von Guidelines und Handbüchern und mit verschiedenen Aktivitätsvorschlägen, wie das Ganze eben mit den Studierenden bearbeitet werden kann. Wichtig war es uns natürlich auch, dass wir die Hochschullehrkräfte entsprechend schulen. Das heißt, während des Projekts sind schon ganz viele verschiedene Aktivitäten da durchgeführt worden, teilweise auch in Präsenz oder in Form von Webinaren. Und zwar ist aber auch wichtig, dass auch nach dem Projekt Interessierte die Möglichkeit haben, sich eben weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und gewisse Schulungsmöglichkeiten zu erhalten. Deswegen haben wir hier einen MOOC entwickelt. Also das steht für Massive Open Online Course. Und für uns war es natürlich auch wichtig, dass wir die Studierenden ansprechen. Für die Studierenden haben wir ein Serious Game entwickelt, ein digitales Lernspiel, in dem sie sich spielerisch mit den wichtigsten Informationen rund um soziale Innovationen auseinandersetzen können. Sie erhalten Informationen zu den Sustainable Development Goals, verschiedene Beispiele zu sozialen Innovationen und das Spiel ist ganz gut geeignet, um erstmal in die Thematik einzusteigen. Das Serious Game richtet sich an Studierende. Die Studierende übernehmen in dem Spiel die Rolle eines Bürgers der Stadt Bufsee City und ihre Aufgabe ist es, die Stadt so glücklich wie möglich zu machen. Und das können sie, indem sie da verschiedene Spielmissionen bearbeiten, verschiedene eigene soziale Innovationen in dem Spiel anwenden. Wichtige Bestandteile des Spiels sind der Stadtplan, dann das Co-Creation Lab, die Spielwelt, in der dann die tatsächliche soziale Innovation umgesetzt wird und daran anschließend dann, wenn sie umgesetzt ist, die verdienten Happiness Points und ein Feedback. Zum Beispiel die Spielmission, in der die soziale Innovation von öffentlichen Musikinstrumenten behandelt werden kann. Der Spieler erhält auf dem Stadtplan einen Hilferuf einer Person und die beschreibt so ein bisschen, dass auf dem Campus wenig Beschäftigungsmöglichkeiten sind und fragt eben nach einer geeigneten Lösung, wie man damit umgehen kann. Der Spieler geht jetzt ins Co-Creation Lab und kann sich hier mit sogenannten NPCs, sogenannten Non-Player-Charakteren unterhalten und gemeinsam können sie erarbeiten, wie denn diese Herausforderung oder dieses Problem gelöst werden könnte. Und hier wäre eben die Lösung, öffentliche Musikinstrumente gemeinsam zu bauen und die eben im Campus zur Verfügung zu stellen. In der Spielwelt können dann die verschiedenen Spielobjekte gesammelt werden, die dazu benötigt werden, um diese soziale Innovation umzusetzen, wie beispielsweise Materialien für diese Outdoor-Musikinstrumente oder aber auch verschiedene Ideen für solche Musikinstrumente. Wenn der Spieler das alles gesammelt hat, dann kann er die soziale Innovation errichten und erhält im Anschluss daran die Happiness-Points für die Stadt. Und in dem Spiel gibt es auch so ein Glücksbarometer, der dann von so einem negativen Bereich immer weiter in den grünen Bereich wandert. Und der Lernende erhält ein Feedback zu seinen Aufgaben in dem Spiel. Die Ziele, die in dem Spiel verfolgt werden, sind einerseits ganz pragmatisch, die verschiedenen Informationen zu sozialen Innovationen, die wichtigsten Begriffe, was sind Sozialinnovatoren, was sind soziale Innovationen. Es werden die Sustainable Development Goals thematisiert und insbesondere auch der Handlungsbedarf, der durch diese SDGs eben mit sich gebracht wird. Und darüber hinaus verfolgen wir durch das Spiel eigentlich auch so einen ganz positiven emotionalen Lernerfolg. Und wir hoffen, dass wir durch das Spiel die Selbstwirksamkeitserwartungen der Studierenden ein bisschen erhöhen können, weil wir einfach in dem Projekt gesehen haben, dass diese Co-Creation Labs und auch diese Aufgaben sehr gut angenommen werden, aber die Studierenden nicht immer so ganz davon überzeugt sind, dass ihre Handlungen dann tatsächlich auch Auswirkungen auf das Gemeinwohl haben. Und hier ist einfach die Idee, durch dieses Spiel das nochmal zusätzlich zu veranschaulichen und wir hoffen, dass wir da einfach einen positiven Beitrag leisten können. Technisch umgesetzt haben wir das Spiel mit Unity. Das ist eine ganz etablierte Spielengine, mit der auch schon verschiedene Blockbuster-Games umgesetzt worden sind. Und der Vorteil bei dieser Engine ist, dass man auch verschiedene Plugins nutzen kann, die einem die Spielproduktion nochmal erleichtern. Wir haben hier beispielsweise den Adventure-Creator genutzt. Und der bietet den großen Vorteil, dass man auch ohne Programmierkenntnisse im Baukastenprinzip Adventure-Games entwickeln kann. Wir haben das Spiel auch evaluiert und haben hier unter anderem den Fokus auch darauf gelegt, wieso die Spielzufriedenheit ausschaut. Also in Bezug auf die Ästhetik des Spiels, wie die Bedienbarkeit ist und so weiter. Und prinzipiell hat sich eigentlich schon gezeigt, dass die Studierenden das ganz gerne annehmen, so ein spielbasiertes Format. Aber natürlich sind auch ein paar Punkte, die wir in Zukunft anders machen würden. Vor allen Dingen, was so textbasierte Geschichten angeht. Also man ist ja dann dazu geneigt, ganz viele Informationen in so einem Spiel oder in den Dialogen unterzubringen. Das würde ich in dem nächsten Spiel ein bisschen reduzierter machen und viel mehr auf so erfahrungsbasierte Sachen den Fokus legen. Für mich persönlich hat sich gezeigt, dass so eine Spielentwicklung zwar wahnsinnig aufwendig ist und viel Zeit benötigt. Aber ich denke, dass das Ergebnis einfach für sich spricht. Wir haben so die Möglichkeit, Studierenden auch einfach nochmal ein anderes Medium an die Hand zu geben, wo sie verschiedene Themen ganz praktisch erfahren können und auch vor allen Dingen der Spaß am Lernen einfach nochmal im Vordergrund steht. Auf Projektebene haben wir ganz viele verschiedene Themen bearbeitet, haben Materialien und Ressourcen entwickelt, die von Interessierten und Hochschullehrkräften genutzt werden können. Und wir hoffen einfach, dass wir auf diese Weise soziale Innovation auch in Zukunft in der Hochschullehre verankern können.